so einem wunderschönen guten hallo und willkommen zurück zu einer weiteren folge let's play minecraft und ich bin hier gerade auf dem weg und alter cool ich habe die tür getroffen ist das nicht schön ja super ich wollte eine trapdoor holen ja wollte ich aber diesen da oben brauche ich noch die schienen glaub nicht steindruck platten können auch weg trapdoor hallo da eine genau das muss ich mich beeilen nicht dass der villager dann noch viel zu schnell groß wird und dann da nicht mehr rein will ich habe immer noch kein kaffee geholt na so ein ärger aber hier ich muss mal ich muss ich muss ja so die trapdoor anbringen man lauft doch und springen und ich komme gerade vorwiegend känguru oder wie so ein hase das war zu nach wo ist denn da da komm warum ernsthaft so okay so an farmland nein offen offen an farmland geht es ja nicht aber echt nicht ja gut so ich hoffe dass der demnächst rauskommt der da und nicht groß wird das wäre wirklich sau doof nein da hat er sich das brot geholt der sack ja klar hat er cool mal noch so als tipp nebenbei so eine farm kann man auch super umbauen mit zwei villagern zu einer automatischen ja brötchen farm zum beispiel wie lange brauchen die will ich ja eigentlich bis sie groß werden weil nicht dass der dann irgendwann zu groß wird und dann da unten nicht mehr einpasst das wäre ja sau doof so tak 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 immer noch schön das dach zugemacht damit auch nichts reinfallen kann und so ne das wäre ja auch sau doof so schön ja wunderbar da ja da nein und dann wieder und das jetzt ja stimmt und los und rein ich meine von mir aus kann er hier lang laufen ne hier rumlaufen auch das ist mir ja wurscht den kann ich ja dann wieder einfangen aber da drin darf er sollte er nicht groß werden und ja sehr schön sehr schön sehr schön ganz von mir aus hier rumlaufen wie du willst ne bloß nicht fressen lassen und so solide bewusst sein so die familien sich schon wieder oder was der eine will der andere der andere auch noch ja schon wieder ein kleiner super hohohoho ich hallo könnt ihr nicht mehr warten ich bin doch noch nicht mal fertig alter gott ich muss also man mach ich mir den ganzen viechern aber es funktioniert das ist doch schon mal oh gott ich muss doch hier noch so viel bauen china ist können wir machen ich habe ein bisschen inventarplatz ja oh gott oh gott oh gott ihr habt doch noch so viel vor mensch ich muss hier noch so einiges bauen weil hier soll ja ein trading sender hinkommen und ich hab mir so gedacht ich baue jetzt erst die farm und dann ja das wird noch ewig dauern bis die sich dann vermehren und so und naja siehst du mal so kann man sich täuschen also ich wollte mal was trinken das wäre nicht verkehrt boah hey mensch ja die neuen kopfhörer die ich bekommen habe von meiner frau zu weihnachten ja sie hat sich einen neuen geldbeutel gewünscht und den habe ich ihr dann auch gleich gegeben und weil das ist ja quatsch ne dass man dann bis weihnachten wartet und im gegenzug hat sie mir ein paar kopfhörer geschenkt ein paar neue und ja die also die sind super nur das kabel ist ein bisschen kurz hier habe ich noch wissen koppeln guck mal hier eine wasserquelle weg so ähm eigentlich könnte ich doch ja natürlich könnte ich naja egal warte mal das mache ich jetzt auch gleich zack zack jetzt wurde auch schon raus was eigentlich die erste keine ahnung so ähm machen wir das einfach mal so ich buddel mich hier raus und lass die anderen grad mal da drin so dann muss ich halt mit denen ein bisschen ne so damit da auch nichts passieren kann muss ich halt mal gucken muss denn der zweite ach da ist er hä hä ist der kleine hin ist der schon wieder hä ist der schon ist ist der schon nö ich weiss nicht wo ist denn der hin jah genau lauf doch da drauf rum na du zwerg nase oder so kommt wir machen wir machen jetzt mal ein bisschen butter bei die fische das hier muss heute noch fertig werden also das habe ich mir so als ziel gesetzt jetzt als ziel klar und ja gut ich bin jetzt mal überlegen wir sind folge 612 das ist der 21 schon ja also ja genau ja ich habe meiner frau wie gesagt ein geldball geschenkt und sie mir da im gegenzug kopfhörer wir sind aber ganz spezielle kopfhörer was heißt ganz speziell eigentlich nicht nie aber es sind um offene kopfhörer weil ich da so ein kleines problem habe mit den oren habe ich ja vielleicht schon mal erzählt ich möchte nicht näher ins detail gehen weil das kann dann für den einen oder anderen schon ein bisschen eklig sein oder so muss ich sein alle meine schaufel ist gleich wieder hinüber naja so zack zack dann hier noch das weg und dann geht es auch schön ans bauen ach so ne da unten muss ich erst noch zubauen und hier noch zubauen ja naja ich würde jetzt bloß mal interessieren wo der andere kleiner hin ist naja egal erst einmal erst einmal egal im moment interessiert es mich nicht aber der tag kommt oder der augenblick ich habe eben gedacht die fackeln werden kleiner so du bist da wo ist der andere wo ist denn der muss auch schon wieder ausgebrochen sein da ist keiner immer noch nicht naja wo ich versuche mal zu pennen geht noch nicht ich möchte keine mobs hier haben ja gut super weil ich mit den kleinen dann doch gerne behalten und so kommen wir hier erstmal hier ist man nicht ja komm wenn er schon richtig so ja der war gut der war richtig gut so zack 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 gut wunderbar hätte mir hier schon dicht gemacht dann kommt das noch weg wobei brauchen wir eigentlich das weg machen ja komm ich mache es erstmal weg auffüllen kann man immer noch so den gang muss ich auch wieder zu machen ist doch ein elend ist das es kommt davon wenn man das nicht richtig durch plant mensch naja ja die kopfhörer die sind offen weil ja also bei mir ist es aus gesundheitlichen gründen ähm erstens als letztplayer hat mir meistens viel kopfhörer auf ne und da ich ein bisschen vorbelastet bin was die ohren betrifft und sowas ich hatte schon als kleines kind mehrere ops deswegen ja habe ich jetzt mittlerweile offene kopfhörer weil ja mit dem wie soll ich das ausdrücken mit der belastung die ich mit mir tragen ja das klingt gar nicht ganz gut kann es unter umständen sein dass ich irgendwann dann auch taub werde wegen den kopfhörern ja klingt komisch klingt wirklich komisch ist aber um wirklich so ich muss das ganze Zeug mitbringen ja ich muss erst mal das ganze Zeug wegbringen ich habe früher auch gestottert weil ich nicht richtig gehört habe ja doch musste ja mal ja das war halt mal so geht 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 und so stottern wird zusammengeschrieben deswegen habe ich früher gestottert ist jetzt mittlerweile zum 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 glück weg so ein bisschen näher es war nicht schön und ich meine ich möchte natürlich auch keinen zu nahe treten der selbst noch stottert oder sowas ist keine schöne sache also so dass weg ach so warte mal das brauche ich wahrscheinlich doch was habe ich hier hier habe ich stein stein weizen weizen und ofen habe ich noch ofen mein kart wo mein kart wer obwohl es eigentlich wir werden doch so viel zu viele villager bekommen aua der tat gut schön auf musikantenknochen polierte andesit granit andesit so was aber noch mal clay hatten wir doch auch hier irgendwo da rein und mein schönes sofa kommt da rein ja man die landen sind schon wieder aus wie das zeit so 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 ja wobei ich jetzt schon wieder stehen geblieben ach so ja genau taubheiten und stottern und sowas genau da war stehen geblieben da möchte ich jetzt aber auch nicht weitermachen nö nö muss ich sagen ach guck mal hier da ist er doch der kleine na oh tschuldigung das war das war wirklich keine absicht kommst du da auch wieder raus ich hoffe doch oder war gut ansonsten nimmst halt mal ein bad ohne schlimm ach ja genau da hinten wollte mir noch zu machen da noch die restliche erde aufsammeln da kann es auch schon ans heitere bauen gehen so hier brauche ich noch einmal so ok ja das können wir eigentlich so zu machen ja die folge hat schon wieder hinter sich ich weiß ja mit schildern kann man schlecht dings zu machen mit fackeln auch nicht gut hält man das schon mal so groß wird das gebäude war das wird schon ein bisschen was wird schon ein bisschen was gut in diesem sinne schwimmst du noch ja also der muss wirklich richtig dreckig sein so lange wieder wartet naja in diesem sinne vielen dank fürs zusehen gab es euch wohl haut rein und wir sehen uns dann beim nächsten mal tschüss